Ein Blinder malt. Willkommen zum nächsten Bild von mir, eurem blinden Maler Zatu Icci. Heute mit einem Pfingst Special. Ich male eine Kirche. Und nähen. Und dann ziehe ich meine Kirche. Dort? Ja. Jetzt brauche ich Rot, um die Dächer zu decken. So, ein Kirschturmdach. Jetzt brauche ich noch Gläser in der Kirche. Und jetzt noch eine weiße Uhr. Jetzt ist meine Kirche fertig. Ich hoffe, sie gefällt euch. Bis dann!